Wer seid ihr? Es war echt geil, saugeil. Kannst du jedem weiterempfehlen. Geil. Es war sehr geil, richtig geil. Bei dem Wetter fiel viel Matsch, aber es hat einfach Spaß gemacht. Man ist an die Grenzen gekommen, aber es war geil. Ausprobieren, was man schafft. Kopf, äh, mental und körperlich. Super cool. Wirklich schön, schöne Laufstrecke. Das Wetter mag ich, die Kälte mag ich. Einfach cool. Die Kälte mag ich giornichrägen. Ich wurde mit dem our Hearts ris shellet. Bogen und Kältung. Ja, das ist echt glow. Wie ganz melted aus, wie war klein und körperlich. Können 50 ums ver recording. Und ich war wirklich rein healthcare. Wie ganz schön, eher jaрасplik soldier. Doch geht weiter um ποсе, memorized dann schon mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018